Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Session von Let's Play Rola Kosta Tycoon 2 mit mir, dem Yakinator. Und natürlich im tollen Yakinator Park und der Park umspannenden Megabahn, die wir gerade im Begriff sind zu bauen. Ich hoffe, das klappt alles irgendwie. Wir haben ja schon einiges geschafft. Man sieht es hier, alles windet und wundert sich hier so gelb durch die Gegend. Die Farbe werden wir am Ende natürlich noch ändern. Jetzt werde ich erstmal mich auf den weiteren Bau konzentrieren und dass wir hier noch so ein paar schöne Gimmicks hinkriegen. Es wurde ja jetzt ein kleines bisschen langweilig beim letzten Mal. Also hier Looping und dann geht es hier lang und dann alles so ein kleines bisschen komisch. Dann bin ich mal gespannt, ob das auch so klappt, wie ich mir das im Endeffekt vorstelle. Ja, im Moment, momentan bin ich so ein kleines bisschen skeptisch noch, weil ich nicht weiß, ob die Achterbahn das mit dem Schwung schafft. Aber das werden wir ja bald herausfinden. Vielleicht in dieser Session schon, wenn die Achterbahn dann irgendwann mal fertig wird. So, jetzt bleibt uns natürlich nichts anderes übrig, als hier einfach mal mit dem Bau weiterzufahren, weiter fortzufahren. So, und wir müssen uns natürlich ein kleines Konzept machen, wo soll es als nächstes langgehen. Denn, ihr seht es, hier wird es jetzt auch langsam ein bisschen eng, ne, von den Platzverhältnissen her. Ähm, und ich will schauen, wo es denn am günstigsten ist, hier noch irgendwas hinzubauen. Ich sag mal so, wir hätten ja hier auch noch diverse Freiflächen. Nun weiß ich aber nicht, wie viele Stationen hatten wir jetzt eigentlich schon. Ich glaub, eins, zwei. Ach, alles, alles unübersichtlich. Ich glaub, zwei Stationen hatten wir, drei und vier müssen wir dann noch hinbauen. Oder haben wir schon drei Stationen? Ich bin mir da überhaupt nicht sicher. Ja, so, das ist auf jeden Fall hier so eine etwas längere Strecke. Ich guck noch mal ganz kurz hier hin. So, da wurde das ja da und dann hier und da und alles total verwirrend. Ah ja, hier oben ist, glaub ich, ne? Erste Station. Beziehungsweise zweite Station, ne? Die erste ist ja irgendwo, die haben wir ja irgendwo hier unten hingelegt. Ach ja, ach ja, so war das ja, ne? Und hier gab's ja auch keinen, keinen Ketten, Kettenlifthügel. Ach ja, aber wir hatten das, wir hatten das irgendwie so gemanagt, dass das doch ging, ne? Dass man mit der Höhe hier ganz gut zurecht kam. Tja, wir werden das schon irgendwie deichseln. So, zwei Stationen haben wir. Und jetzt, jetzt könnte wirklich mal langsam die dritte dazukommen. Oder haben wir die dritte schon, haben wir die dritte auch schon hingebaut? Meine Güte, das ist ja heute wieder mal echt durcheinander und sehr verwirrend. Ähm. Ne, jetzt mal ehrlich. Gut, da, 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 da. Ah, ne, das ist ja keine, das ist ja irgendeine andere Achterbahn. Gut, okay, nichtsdestotrotz, dann baue ich jetzt erstmal weiter. Und, äh, wie gesagt, wir müssen jetzt auch mal langsam zu Potte kommen. Das heißt, hier müssen jetzt wirklich langsam auch mal, äh, eine Station hin. Ich denke mal, wir können uns versuchen, hier so rumzuschlängeln. Dann hatte ich eventuell vor, hier so durch. Ah, das wird, das wird natürlich auch schwierig, ne? Weil die Monorail da so ein bisschen im Weg steht. Oder wir machen das so. Und hier ist ja auch, können wir parallel hier noch was hinbauen, ne? Hier ist, glaube ich, auch noch Platz. Das heißt, wenn wir da noch eine Station irgendwie hinkriegen, dann wäre das, dann wäre das super toll. So, jetzt haben wir hier natürlich einen Fehler gemacht. Denn eigentlich wollte ich ja auch ein bisschen, das Ganze ein bisschen erhöht haben. Gut, das heißt, ich werde jetzt erstmal hier so ein bisschen, so. Und, ähm, okay, kleine Achterbahn. Große Achterbahn passt aus irgendeinem komischen Grund nicht dahin. Ja, dann, dann packen wir das Ding dahin, ne, würde ich sagen. Dann ist so. Ah, und jetzt weiß ich aber nicht, jetzt weiß ich aber nicht, ob wir das so einfach hinkriegen mit der Kurve, ne? Weil, wir bräuchten jetzt auf jeden Fall ein, zwei gerade Teile. Und dann wird das mit dem Weg ein kleines bisschen kompliziert. Hm. Oh, oh. Gut, dann mach ich hier mal, äh, geschwind noch einen kleinen Rückbau. Ah, ich, ich, ich fürchte fast, dass wir uns hier so ein bisschen in die Bredouille, ja, dass wir uns hier so ein bisschen in die Bredouille gebaut haben. Vielleicht, vielleicht wäre ich das alles auch nochmal ein bisschen, ne, ich kann das nicht canceln. Es war so schön. Ähm, oder wir führen, ja, wir müssen jetzt eh erstmal nach unten. Geht das jetzt wenigstens? Ja, das geht anscheinend. Ah, gut, dann sind wir ein bisschen, wenigstens etwas über dem, über der Erde. Ja, und hier. Ja, gut, dann müssen wir jetzt hier wieder runter. Ja, ja, gut. Es hat schon seinen Grund gehabt, dass ich das in der letzten Session so gebaut hatte. Ja, aber ich denke, dann werden wir uns einfach mal, ähm, nach links bewegen. Genau so. So, dann, ähm, einmal so. So, und einmal gleich wieder so rum. Dann aber mit dem kleinen Radius, mit dem kleinen Kurvenradius. Und dann, ähm, bekommen wir das bestimmt noch irgendwie hin, dass wir, ähm, dass wir die Achterbahn dann da lang führen. Und dann hier irgendwie durch das Gewusel. Ei, ei, ei. Ei, ei, ei. Oder wir machen es ganz anders. Wir, wir können ja auch hier eigentlich schon eine Station hinbauen. Ja, wir hatten jetzt seit einiger Zeit, seit einiger Zeit hatten wir keine Station mehr. Ja, dann mache ich das einfach so. Gut. Das war alles ein bisschen umständlich hier, ne. Aber, was soll's. Ähm, ja, so. Und dann gleich mal runter so ein bisschen. Vielleicht auch so nochmal, ne. Hier, ah, ah. Dann eben so. Und jetzt müsste das mit dem kleinen Radius aber funktionieren. Genau. Und jetzt will ich erst mal ganz kurz gucken, ob wir hier so, ja, ob das so ohne Probleme geht. Ha, macht mich nicht verrückt. Mach mich nicht verrückt, du blödes Spiel. Ähm, was natürlich auch eine tolle Idee wäre, das eventuell hier so durch den, durch den Looping zu leiten. Aber da weiß ich wieder nicht, ob das, ob da, ob da der Schwung ausreicht. Ach, wisst ihr was? Ich mach's ganz einfach. So, runter. Hier noch einen, so einer. Und, äh, dann die Stationsplattform direkt. Und zwar so ganz komisch. So voll, voll hier in die Mitte. Mhm. Hm, das heißt, ähm, der ursprüngliche Plan, das, das weicht jetzt ein bisschen ab von dem, was ich mir ursprünglich vorgestellt hatte. So, das heißt, eins, zwei, drei. Ham, das müsste doch heißen, dass wir jetzt eigentlich noch Platz für eine weitere Station hätten, oder? Na. Vier Stationen waren, glaube ich, das Maximum, was wir, was wir uns hier leisten können. Gut. Also, hier ist eine. Da ist keine. Nee, da geht's dann direkt und umstandslos sozusagen nach unten. Eins, zwei, drei. Und dann brauchen wir ja noch eine da am Haupteingang irgendwo. Ähm, gut. So, okay. Das heißt, jetzt wird erstmal ordentlich gelimmt. Und zwar folgendermaßen. Mit dem relativ, mit dem relativ angenehmen, äh, Kurvenradius. Ja. Hm. So. Ähm, dann eventuell gleich so. Oh ja, das macht Spaß. Ja. Jetzt kannst du vielleicht auch mal ein bisschen hochgehen gleich. Hm. Es müsste eigentlich jetzt, es müsste noch ein bisschen höher gehen. Und zwar sehr abrupt. So. Ja, das könnte dann zwar zur leichten psychischen und physischen Belastung für unsere Parkbesucher führen. Aber hey, was soll's. Das ficht mich natürlich nicht an. So. Und, äh, ganz, ganz wichtig ist natürlich auch, dass wir jetzt hier irgendwie, mhm, noch Platz für eine weitere Station haben. Und da dachte ich, könnten wir eventuell hier so das, das teilnehmen, ne? Nun bin ich mir nicht ganz sicher. Nee, das sind 0 Meter, also müsste das auf dem Kästchen sein. Das heißt, wir hätten hier eventuell noch Platz. Und dann können wir das da irgendwo hinten noch so durchleiten. So mitten durch die Brust ins Auge sozusagen. Dass dann irgendwann eine tolle Station draus wird. Ja, und da kommt auf jeden Fall dann so, sozusagen so eine Art Hauptstation oder so hin. Weiß ich noch nicht ganz genau. So, aber das können wir natürlich noch ein kleines bisschen, äh, dramatisieren. Dann machen wir das so, ne? Ja, so ganz entspannt. Ich sag mal so, wenn's, wenn's nicht klappt, dann werd ich das eh nochmal umändern. Okay, ähm, jetzt vielleicht eine Kurve. Ja, dann machen wir das einfach mal so, ne? Und dann können die Leute erstmal so ein bisschen, äh, in der Höhe verbringen, ihre Zeit. So, und dann geht's einmal runter. Ja. So, und jetzt natürlich erstmal, ähm, erstmal ein schöner Looping. Die Frage ist, nee, ich glaub, da müssen wir noch, noch eins runter. Sonst wird das mit dem Looping wieder nichts. Dann beißen wir uns nachher wieder in den Arsch. So, vertikale Schleife links, vertikale Schleife rechts. Ihr seht, das wird jetzt, äh, mega spannend und mega kompliziert, weil irgendwie steht jetzt alles im Weg. Heieiei. Und ich muss hier irgendwie durchkommen. Na gut. So, vielleicht eine kleine Kurve oder so. Oder eine große Kurve, ist mir eigentlich relativ egal. Hauptsache, es passt irgendwie, ne? So. Aha. Okay. Ja, so ein bisschen ebenerdig geht immer. Äh, wie viel sind das? 24 Meter, das heißt, hier sind auch 24 Meter. Da sind auch 25,5 Meter. Okay, dann müssen wir uns hier so ein bisschen, ja, dann schlängeln wir uns hier einfach vorbei. Lehnen uns danach so ein bisschen in die, in die, in die Kurve, sag ich gerade, wollte ich gerade sagen. Lehnen uns, ähm. Hier so ein bisschen in die Kurve. So, und das geht jetzt nicht, oder was? Was ist denn das schon wieder? Hm. Hm, hm. 24 Meter, ach so, da stößt das wahrscheinlich, ah, da stößt das direkt mit dem Ding hier zusammen. Ne, das soll es ja auch nicht sein. Aber ich glaube, das können wir lösen, ähm, das können wir lösen, indem wir uns hier trotzdem so ein bisschen so, und dann eventuell so, ne, geht auch nicht. Scheißen, Dreck. Der Fluchinator ist wieder da. Ähm. Und das ist auch ein kleines bisschen verzweifelt gerade, ne? Weil er hier wirklich an seine, an die bautechnischen Grenzen dieser ganzen Geschichte stößt. Ähm. Oder wir machen eine kleine S-Kurve. S-Kurve geht immer. S-Kurve links, S-Kurve rechts. So, dann müsste es wahrscheinlich eine S-Kurve links werden. Oh ja, S-Kurve links. Und dann, dann haben wir das Ding erstmal umgangen. Was uns natürlich nicht daran hindert, ähm. Ja, dann können wir, können wir vielleicht hier einfach mal ein bisschen runter gehen. Oh ja. Okay. Ja, jetzt ist das hier so ein kleines bisschen komisch, ne? Vielleicht hier so, ne, das, das passt schon wieder nicht. Okay, dann machen wir das. Ähm. Geht das? Geht das? Blinkt da irgendwas gut? Hm, ja, so. Okay. Jetzt wird wahrscheinlich gleich ein Baum im Weg sein, oder? Ja, geht auch noch. Geht auch noch. Was ist denn da los? Okay, dann können wir vielleicht auch runter gehen einfach. Ähm. Hier so ein bisschen kurviger werden wieder. Ähm. Und das so halb blind hier reinbauen. Sechs Meter sind wir jetzt Höhe. Das könnte klappen. So, dann geht es hier lang. Ihr seht jetzt leider nichts, ne? Ah! Und da stoßen wir jetzt genau an den großen Looping ran. Das ist natürlich nicht so cool. Hm. Vielleicht bleiben wir auch einfach auf sechs Meter und können uns dann vorbeischlängeln. Ne. Cyrus Metamorphosis ist immer noch im Weg. Hm. Ja, oder wir gehen noch eins runter. Auf 4,5. Und versuchen das dann hier so durchzuleiten. Ne, geht auch nicht. Okay. Ach nö, wisst ihr was? Dann mache ich das einfach so. Dann geht es hier lang. Und dann mit so einer, äh, mit so einer lustigen, äh, mit so einem Inline-Twist. Also mit so einer kleinen Spirale. Stoßen wir dann direkt hier durch und an dem Ding vorbei. Das ist ja auch ein bisschen seltsam, ne? Warum, warum, ja. Ja gut, das ist jetzt halt einfach so. Tja, und dann, jetzt sind wir auf 16,5 Meter. Das ist auch noch relativ hoch, ne? Das heißt, wir müssen jetzt irgendwann mal so ein kleines bisschen, ja, können wir hier wieder, können wir hier nochmal runter gehen. Das ist so ein bisschen sich auch über, oh ja, das, da geht das hier so über den Weg rüber. So, und jetzt aber nochmal vertikale Schleife links. Äh, könnte zu hoch werden, ne? Das ist wahrscheinlich zu heavy. Dann lieber hier nochmal eins runter. Und dann so ganz knapp, knappikowski. Oh ja. Ähm, vertikale Schleife links. Ja, und dann steht das so mitten im Weg, ne? Auch nicht schlecht. So, den Baum, der wird jetzt einfach, der wird jetzt einfach mal weggehauen. Gott sei Dank geht das automatisch und ich bleibe da nicht jedes Mal stecken. So, dann vielleicht noch eine halbe Schraube oder sowas. Das müsste ja eigentlich auch gehen. Und ist immer gerne gesehen. Halbe Schraube rechts. Halbe Schraube links ist jetzt nicht so eine gute Idee. Da müssen wir jetzt einfach mit einem, mit einem Inline-Twist oder, oder wir machen geradeaus weiter. Aber das geht auch nicht. Ne, wir müssen, wir müssen irgendwie zu irgendwas kommen. Dann mache ich mal lieber noch einen Inline-Twist links, Inline-Twist rechts. Ja, dann kann das auch auf diesem, auf diesem Turm, sozusagen das Turmgelände so ein kleines bisschen in Beschlag nehmen. Mhm. Meine Güte. Ich bin schon froh, wenn das Ding überhaupt fertig wird. Okay, nee, das, das, das wird auch wieder nichts. Ja, so. Okay. Sehr schön. Nicht ganz so schön. Aber immerhin noch akzeptabel. So, auf neun Meter. So, jetzt wäre ich natürlich einfach mal, ähm, ein bisschen ganz klassisch wellig. So, das geht auch. Dann gehen wir direkt über das Haus rüber. Es ist jetzt, es gibt jetzt auch halt, es gibt jetzt halt auch einfach einmal ein, zwei Strecken, ähm, die ein bisschen gerader sind. Ne, ich weiß sowieso nicht, ob der, ob das mit dem, mit dem Schwung ausreicht und, und ob alles toll wird und ob, ob, naja. Wir werden, wir werden es gleich sehen. So, dann fährt die hier lang. Und dann würde ich sagen, bauen wir doch hier noch eine Station hin. Also jetzt haben wir eine da. Eins, zwei, drei. Und dann wird das die vierte Station. Die vierte Station des Todes. Und dann müssen wir bloß noch den Anschluss finden. Äh, sehr schön. Stations, warum geht jetzt? Ach so, wir müssen erstmal wieder gerade werden. Äh, Stationsplattform. Natürlich. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Wenn das jetzt zehn waren, alles gut. Wenn nicht, ist auch nicht so schlimm. Und, ähm, jetzt werden wir uns nochmal zu so einem kleinen, spektakulären Finale nach oben bewegen. Und zwar mächtig nach oben. Vielleicht auch ein bisschen vertikal nach oben. Oh ja. Wie? Nicht genug Geld? Ach, wir haben schon so viel Geld in diese Bahn reingepumpt. Das ist schon wieder gar nicht zum Aushalten. So, okay. Ähm. Ja, vielleicht auch mal nicht so eine Viertelschleife nach hinten. Sondern wir gehen jetzt einfach mal dreist richtig weit nach oben. Auf 36 Meter oder so. Ah, vielleicht, vielleicht können wir das auch noch ein bisschen, vielleicht kann man das ja auch noch ein kleines bisschen entspannter gestalten, ne? Das war hier erstmal so. Und dann, ja, nee, das, das geht auch nicht. Dann so. Und dann so. Ja, so. Und jetzt, äh, so nach oben. Hoffentlich reicht, hoffentlich reicht dann noch die Energie aus. Ich hoffe es. So. Ja, und dann, äh, kann es ja eigentlich auch gleich mal wieder ein bisschen nach unten gehen, ne? Ist jetzt zwar ein bisschen fies den Leuten gegenüber. Aber warum, warum nicht, warum nicht einfach mal sowas machen? So, und dann, ähm, geht's wieder runter. Wenn wir richtig gut sind, dann bauen wir auch irgendwo noch eine Bremse rein, damit ich nicht gleich alles wieder abreißen muss. So, das heißt, hier bauen wir noch eine schöne Bremse rein. Und damit wir sozusagen gewappnet sind, ne? Wenn es dann doch zu krass wird. Äh, hallo? Achso, ja, äh, genau. Da baue ich die noch nicht rein. Ich halte mir erstmal die Option offen, dass wir da eine Bremse reinbauen. So. Jetzt geht's wieder so lang. So. So, jetzt können wir eigentlich wieder so machen. Und dann wäre es doch cool, wenn wir hier nochmal irgendwas tolles, äh, da, ja. Meinetwegen, meinetwegen machen wir da die Viertelschleife hin. Auf 39 Meter ist ein bisschen, ein bisschen zu krass. Das wird leider nichts. Ähm, Viertelschleife jetzt. Äh, das sind dann 36 Meter. Von 36 auf 42. Ja, ich, ich probiere es einfach mal. So, äh, Schräubchen. Geht das noch? Ja, geht. Wunderbar. So, und im Endeffekt, wisst ihr ja, müssen wir uns einfach bloß jetzt hier so runterarbeiten. Runterackern. So, halbe Schraube rechts, halbe Schraube links. Vielleicht nochmal eine halbe Schraube. Ja, warum nicht? Halbe Schraube links, das Ganze nochmal. So, dann, ähm. Hm. Hm. Ich weiß nicht. Ja, vielleicht auch erstmal, vielleicht auch erstmal wieder ein kleines bisschen nach unten, ne? Damit wir wieder Schwung kriegen. Denn, ansonsten macht das nicht so einen großen Sinn. So. Wir können ja jetzt auch noch, wir können jetzt auch noch ein kleines bisschen spiraliger werden. Ja, ich glaube, dann wäre ich mich, dann wäre ich jetzt erstmal so, ganz entspannt, ne? So. Und dann können wir jetzt nämlich hier, äh, vielleicht eine große oder eine kleine Schleife nach unten. Na, kleine, kleine, klein, klein, klein geht, ne? Ja, klein geht. Wunderbar. Und wenn wir dann da unten sind, können wir jetzt auch noch, äh, auf Spirale nach unten groß erweitern. Sehr gut. Ähm. Ja, und da können wir uns ja jetzt schon langsam daran machen, dass wir, dass wir praktisch hier so diesen Anschluss versuchen. So, jetzt, äh, natürlich erstmal naturgemäß so zwei davon. Dann können wir vielleicht noch eine Bremse reinmachen oder so. Ähm. Jetzt mal einfach noch ein, zwei Inline-Twistchen. Oder ein, ja, äh, ja, ach. Halbe Schraube links, halbe Schraube rechts oder noch ein zweiter Inline-Twist. Ich glaube, ich mache mal noch einen zweiten Inline-Twist. So, dann so. Und dann vertikale Schleife rechts vielleicht oder vertikale Schleife links lieber. Ich mache mal vertikale Schleife links, das sieht alles ein bisschen besser aus. Das sieht so aus, als ob wir dann auch, ähm, noch weiterkommen würden. Oh ja. Oh ja, es geht. Es geht, es funktioniert. Es geht, es geht, es geht, es funktioniert. Sehr schön. So, die Frage ist natürlich, äh, bis wohin kommt dann die Achterbahn? Ich hatte ja bisher noch keine Gelegenheit, sie ordentlich zu testen. Das machen wir dann aber gleich, ne? Und werden wahrscheinlich erschreckt feststellen und erstaunt, dass es, äh, überhaupt nicht funktioniert. Und dass ich bis zur nächsten Session, ähm, noch 30.000 Änderungen vornehmen muss, die ich gar nicht vornehmen möchte eigentlich. So, jetzt sind wir auf 4 Meter, 3 Meter, äh, wir müssen aber auf 4 Meter sein. Genau, 4,5 Meter, dann haben wir hier schon mal. So, und jetzt werden wir, jetzt werde ich mal noch zum Abschluss etwas machen. Ähm, das hatten wir in der Form noch nicht so ganz. Und zwar so ein kleines Kurvengewirr, ne? Das war jetzt hier so ein bisschen so. Und dann aber gleich so. Ähm, dann da in die Kurve rein. Wieder kleine Kurve. Dann meinetwegen so. Ach nee, äh, dann machen wir jetzt hier eine große Kurve. Genau. Und dann haben wir hier nämlich, äh, können wir hier ganz lustig, äh, die kleine Kurve nochmal reinmachen. Ui. So, dann da lang. Ah, und dann klappt es wieder nicht. Und Geld haben wir auch nicht. Hm. Ach, das mit dem Darlehen. Da muss sich die Achterbahn dann richtig lohnen, ne? Sonst, sonst macht das überhaupt keinen Sinn mehr. Oder vielleicht, oder wir machen es gleich so. Mit kleiner Spirale nach unten nochmal. Ja, ich denke, das geht auch. Das dürfte machbar sein. Das Wichtige ist bloß, dass wir dann irgendwie wieder nach oben kommen irgendwann. Ähm, so zum Beispiel. Und dann, und dann vielleicht nochmal. Hm, hm, hm. Ah, jetzt sind wir zu tief. Beziehungsweise, ähm, wir müssen noch eins nach unten. Weil sonst kommen wir hier nicht unter unsere eigene Schleife durch. Gut. Dann hätten wir das. Ähm, so, und jetzt muss ich mal gucken, wie viel, wie ist der Radius beschaffen? Hm, 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 hm. Nicht, dass ich mich da komplett vertue. So, und dann vielleicht nochmal ein bisschen so. Und so. Und mit der einen oder anderen S-Kurve rechts oder links dürfte das dann machbar sein, ne? Wie viel brauchen wir jetzt? Ja, ich glaube, wir müssen noch zweimal nach rechts und zweimal nach links. Hm, ja, erstmal einen geraden. Dann noch einmal kurz nach oben. Damit wir auf 4,5... Äh, ah, zweimal kurz nach oben. Damit wir auf 4,5 Meter wiederkommen. Und S-Kurve rechts, S-Kurve links. Ne, zweimal S-Kurve rechts brauchen wir jetzt. So, S-Kurve rechts, S-Kurve rechts. Und dann meinetwegen nochmal nach unten. Ja, damit die Leute, damit die Leute sich alle freuen. Und alles gut ist. So, und dann wieder nach oben. Und natürlich haben wir es wieder eins zu lang gebaut. 1, 2, 3. 4,5 Meter. Perfekt. So, und, ähm, das ist ja schon mal... Das ist ja immerhin schon mal was. So, und jetzt bin ich ja mal sehr gespannt. Ich werde natürlich... Ich werde natürlich erstmal die, ähm, Lifthügelgeschwindigkeit von allen Stationen. Ähm, auf das Maximum stellen. So, das ist die Startgeschwindigkeit. Dann, wo war das andere Ding? Da war noch eins, ne? Station 4. Äh, haben wir auch 111 kmh. Dann hätten wir Station 3 noch irgendwo. Wo ich natürlich schon wieder voll vergessen habe, wo die liegt. Weil, ah ja. Station 3. Hm, hat keinen Eingang. Ja, das ist natürlich auch toll. Ähm, das heißt, wir müssen eventuell nochmal einen kleinen Eingang bauen, ne? Eingang. Machen wir hier nochmal einen Eingang hin. Und da nochmal einen Eingang. Ich mach das jetzt erstmal so, dass wir so ein, zwei Eingänge da hinbauen. Ich weiß nicht, ich glaub hier gibt's... Ah ja, doch, da haben wir auch schon Eingang und Ausgang hingebaut. Hm, das heißt, wir bräuchten jetzt hier hinten irgendwo noch einen Eingang und einen Ausgang. Ähm, ja, den Eingang mach ich mal hier hin. Dann haben wir ein bisschen mehr Platz. Und den Ausgang mach ich mal hier hin. Damit wir nachher ein bisschen flexibler sind. So, und das dürfte es dann eigentlich auch schon gewesen sein, ne? Von den anderen Sachen hatten wir ja schon Eingang und Ausgang. Und, ähm, Leute, endlich. Jetzt wird getestet. Und ich weiß nicht, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wo die Achterbahn anfängt zu fahren. Ähm, drei Züge, sieben Wagen pro Zug, vier Fahrgäste pro Wagen. Sieht ja erstmal nicht schlecht aus. Warten auf voll, Blockbereiche vier. Modus mit angestriebenen Start- und Blockbereichen. Startgeschwindigkeit 11 kmh. Äh, 111 kmh natürlich. Boah, wir können vielleicht auch... Können wir eigentlich auch vier Achterbahnen einsetzen? Ne, drei Züge geht irgendwie nur, ne? Sieben Wagen pro Zug ist anscheinend das Allermaximumste Maximum. So, los geht's. Wo bist du, Bahn? Ah ja, okay. Gucke ich mir das erstmal hier an, ob das überhaupt funktioniert. Ja, das sieht erstmal nicht schlecht aus. So, Achterbahn, Achterbahn, Achterbahn. Ja, sehr gut. Kommt durch erstmal. Hier hinten da... Achso, das ist ja eine völlig andere Achterbahn. So, das geht. Mhm. Ja, hab ich bisher gut geplant. Bisher funktioniert alles so, wie es funktionieren soll. Es sieht jetzt auch nichts zu derb übertrieben aus. Außer vielleicht, okay, naja, das könnte... Das könnte eventuell ein bisschen heftig sein. Aber hey, da können wir auch noch mit der Startgeschwindigkeit so ein bisschen rum experimentieren, ne? Das ist ja alles kein Problem. Die spannende Frage wird, wie wird's jetzt hier bei dem Ding? Ne, weil das ist jetzt diese berühmte Viertelschleife. Die Viertelschleife des Todes. Ja, ich glaub, da können wir jetzt ein kleines bisschen Tempo... Oh ja, ja, ich hab wirklich sehr, 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 sehr liberal die Achterbahn gebaut. Das heißt, wir können wahrscheinlich überall noch das Tempo ein bisschen rausnehmen. Ihr seht's ja. Der Schwung ist da. Da haben wir noch richtig viel Spielraum. Hauptsache ist, dass es jetzt erstmal einmal richtig durchgeht. Und dann fällt mir schon ein sehr schwerer, äh, großer Stein vom Herzen, ne? Denn ihr wisst ja, vier Folgen sowas bauen und dann einen totalen Misserfolg erleben, das möchte keiner. So, ich sehe auch, hier können wir noch wesentlich mehr machen, ne? Da haben wir noch wesentlich, ähm, mehr Handlungsspielraum, um eventuell hier noch ein paar Schleifen oder sowas reinzumachen. Nicht schlecht. So, jetzt kommt der vorletzte Abschnitt. Los geht's. Ja, ja, wunderbar. So, und da kommst du natürlich auch durch, liebe Achterbahn. Ah, toll. So, da fährst du lang, da fährst du lang. Alles viel zu schnell, aber lieber zu schnell als zu langsam, hatte ich ja gesagt, ne? Und wir können das auch noch individualisieren, diese ganzen Blockbereiche und diese ganzen Startgeschwindigkeiten. Finde ich toll. Meine Güte. Das ist ja der Hammer schlechthin. Ähm, ich sehe jetzt allerdings im Moment auch nur eine Bahn. Aber ich schätze mal, ne, ich glaube, da hinten ist auch noch eine. So, das hat sie auch geschafft. So, alles viel zu schnell. Wunderbar, wunderbar, wunderbar. Hui, hui. Das wird sozusagen der Inline-Twist des Todes. Das ist auch alles. Die hat ja hier eine Geschwindigkeit von 200 kmh. Super. Meine Güte. Toll. Das Megaprojekt ist sozusagen, ähm, in der Rohversion fertig. Und jetzt werde ich mich noch ein bisschen hinsetzen und euch in der nächsten Folge dann sozusagen das Ergebnis präsentieren. Und die nächste Folge dauert bestimmt nicht 10 Tage. Dafür bürge ich mit meinem Namen. Habe ich das nicht letztes Mal auch schon gemacht, als ich gesagt habe, die Folgen kommen jetzt wieder regelmäßiger? Na egal. Auf jeden Fall macht euch jetzt noch einen schönen Abend. Mit dieser funktionierenden Achterbahn könnt ihr euch noch 30.000 Mal die Wiederholung angucken. Ich lasse die jetzt noch so ein bisschen durchrödeln. Ähm, und wir sehen uns wieder in der nächsten Session von Let's Play Irgendwas. Bis dann, ähm, und tschüss.